Die GmbH Bognar & Tasche wurde im Jahre 1981 gegründet. Es ist 100%ig eine Privatfirma, gehört zu dem Eigentum der Familie Bognar. Hier geht es 90%ig um Exportproduktion. Wir transportieren nach Österreich, Deutschland, Frankreich und nach Holland. Der Betrieb liegt etwa 70 Kilometer entfernt von Budapest neben der 4. Hauptstraße. Das Gebiet ist 1,6 Hektar, von dem gehört 8000 Quadratmeter zur Betriebshalle. Im Jahre 2001 haben wir die ISO 9001-2000 Qualifikation bekommen. Wir herstellen landwirtschaftliche Maschinenersatzteile, industrielle Anlagen, Kraftwagen liefernde Trailers, verschiedene Maschinenersatzteile, Werkstatteinrichtungen, Schränke für Büros und Apotheken, Ölbehälter, Treppen für Innen- und Ausräume, Anlagen für die Eisenbahn. Zur Zeit arbeiten wir mit 60 Personen. Unser Hauptprofil ist die Plattenformung. Innerhalb der Plattenformung beschäftigen wir uns mit Laserschneidung, biegen der Plattenspitze, Ausschnitt, Perforierung und mit der Herstellung von geschweißten Konstruktionen. Die Produkte können wir jeder Fall aus Norma und Ederstahl bzw. aus Aluminium hergestellt werden. Wir verfügen über zwei hochwertigen Trumpf CNC-Laserschneider, mit dem wir bis 20 mm Plattendickerstahl, bis 12 mm Edelstahl und bis 8 mm Aluminium schneiden können. Wir verfügen über noch zwei Trumpf CNC-Stanzmaschinen und über sechs Stück Trumpf und Safan, gesteuerte CNC-Maschinen für Biegen der Plattenspitzen, mit denen wir bis 0,5 10 mm Plattendicker biegen können, sogar bis 4,5 lang. Wir konstruieren und herstellen selbst für die hydraulische Presse, welche Druckstärke bei maximal 150 Tonnen liegt, bzw. für die Exzenterpressen, die dazu gehörende Werkzeugen. Mit unseren Rohren biegenden Geräten können wir bis zu 80 mm durchmässigen Rohren biegen. Unsere Möglichkeiten sichern auch den Ablauf verschiedener Arbeiten, die mit der Splitterung zusammenhängen. Drechselerei, Bohren, Schleiferei. Das Schweißen geschieht in separaten Schweißenhallen mit Schweißerroboter der Motoman-Typus, der folgende Eigenschaften hat, verfügt über 3,5 m Almausdehnung und hat einen Fahrlauf von 6 m und es geschieht noch mit Hilfe der qualifizierten Schweißerroboter. In unserer modernen pulvermalenden Fabrik besteht die Möglichkeit für oberflächliche Reinigung der Werkzeugen und ihre Färbung in Ralfarben. Wir bieten die folgenden Möglichkeiten. Phosphatierung, Fettlosigkeit, Spülung, Trocknen, Pulverstreuung, Brennung. Es besteht die Möglichkeit in Partnerfabriken mit Metallisierung und Galvanisierung der Arbeitsprodukten. Wir können den Transport der Produkte sowie nach Inland als auch nach Ausland durch Spedition organisieren. Unsere Verhandlungssprachen sind Deutsch und Englisch. Der